Hallo und herzlich willkommen! Herzlich willkommen zu Wir probieren heute mit eiskalter Gletscher-Cola. Zur Verfügung gestellt auch von Gletscher-Cola. Dankeschön. Ja, vielen Dank dafür. Ja, Gletscher-Cola. Was haben wir denn da? Fair and Bio. Fairer Rülpsen geht nicht. Geile Aussage. Finde ich schon mal großartig. Das haben die wahrscheinlich nur für uns. Nur für uns da drauf geklatscht. Nur für uns. Fairer Rülpsen geht nicht. Hoffentlich isst das dann auch Rülpsbrühe, sonst bin ich enttäuscht. Okay. Ich gehe gerade nochmal so durch, was hier so drin ist. Ich kann das noch nicht. Bio. Mit dem Kauf des Produktes tue ich mir etwas Gutes. Also das sind die Produktargumente. Fair. Mit dem Kauf des Produktes tue ich meine Umwelt und meine Mitwenschen etwas Gutes. Also gutes Deutsch ist das nicht. Aufmachung. Mit dem Kauf des Produktes liege ich im Trend. Alpin-Style. Mit dem Kauf des Produktes erfrische ich mich und zeige Heimatverbundenheit. Na gut, das Zeug kommt ja nicht aus Deutschland, sondern das Zeug ist ja auch aus Österreich. Nö, das gibt es auch in Deutschland. Nee, das gibt es. Aber wenn, dann kommt es aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Okay, so rum dann. Produkt-Story. Das Innovative an Gletscher-Cola fängt schon bei der Rezeptur an, dann zum ersten Mal wurden Cola und Kräuteraromen harmonisch miteinander. Bla, bla, bla. Nehmen wir doch mal in die Hand. Ja. Gletscher-Cola. Wir haben da zwei Berge, dazwischen ein Siegel und ein Wappen mit Stamm oder soll das ein Edelweiß sein? Ne, das ist höchstwahrscheinlich eine stilisierte Schneeflocke. Eine Schneeflocke oder ein Edelweiß. Oder ein Edelweiß, ja. Gletscher-Cola Organic. Organic. Immer dazu sagen. Auch in Cola nochmal dieses Edelweiß, wenn es Edelweiß ist, da reingesetzt. Ja. Man öffne. Hat die einen erhöhten Koffeingehalt oder normal? Die hat einen Koffeingehalt von unter 10, weil es nicht draufsteht. Okay, also kein besonders erhöhter. Und vor allem, der kommt hier aus dem Guarana raus. Okay. Aber der dürfte so bei 10, so um die 10 liegen, vielleicht auch 15. Da steht es dann. Alles klar. Ach ja, jetzt, wo ich sehe. Riecht leicht. Die Matic riecht ähnlich wie die Red Bull Cola. Okay, das war das erste Gedanke. Also ich mache mir mal meine eigene auf. Läuft. Damit nicht wieder irgendwelche Deppen sich beschweren unterm Video. Oh mein Gott, ihr habt da zwei Flaschen oder macht nur eine auf? Ne, vielstimmer. Oh Gott, ihr habt aus derselben Flasche getrunken. Jetzt kriege ich schon wieder sein Aids. So eine Scheiße aber auch. Ja, es riecht sehr stark limettig eigentlich. Hauptsächlich die Gewürze danach, direkt die Limette. Und das andere ist dann Cola-Nuss, Süß und Cola. Hui. Wow. Aber ich kann es doch nicht beschreiben. Das Problem ist, da sind so viele Sachen auf einmal, die man schmeckt. Also was mir als erstes auffällt, es hat so ein bisschen das, was die Coke hat. Und zwar diese Phosphorsäure. Also genau das, wo du von rülpsen musst. Dann hat es so etwas leicht würzig Kräuteres, was die Red Bull Cola hat. Vor allem hat es ja auch noch zusätzlich Kräuter, was mich sogar an so eine Almdudler-Kräuterwürze erinnert. Dann hat es so etwas Karamelliges auch noch. Karamell, genau. Das wollte ich sagen. Und vor allem auch Zimt ein bisschen. Zimt hat es mit drin. Zimt ist, was mir nicht eingefallen ist. Das ist das, was ich mir noch habe. Und dann hat es so eine, also wie gesagt, eine leichte Limette ist auch drin. Es hat auch die, es hat so, es hält sich von der Süße her, von der Afri ungefähr. Es hält sich bedeckt, ja. Also es ist nicht so extrem süß. Also irgendwie so bisher, es nimmt sich eigentlich von den guten Colas, von den etablierten Peste raus. Und kombiniert es aber auch noch gut. Weil nur wenn du das Peste da rausnimmst, heißt es noch lange nicht, dass was Gutes bei rauskommt. Sondern meistens ist es dann einfach too much. Aber die hier steht für sich. Und zwar auf erhobenen Podeste, muss ich sagen. Also die goldene Farbe können sie da dran lassen. Wow. Und vor allem, du kannst dich, also fällt mir jetzt gerade auf, je nachdem auf was du dich konzentrierst oder auf was du dich konzentrieren willst, kannst du jeweils eine andere Nuance besser rausschmecken. Also bei mir war es jetzt gerade mehr Karamell und Zimt. Alter, ist das Zeug geil. Das Zeug ist echt gut. Und man merkt, ich tue immer wieder in kleinen Stücken nachziehen, um auch noch die letzte Nuance rauszuschmecken. Da steckt echt viel drin. Und trotzdem kommt am Ende nochmal die Colanuss durch. Das hat auch eine ganz leicht Colanuss und es hat auch eine ganz, ganz minimale Kaffeenote. Ganz minimale Kaffeenote. Richtig. Also vom Kaffeenote. Also so einen leichten Pitter. Das ist dann wahrscheinlich nur das Koffein, was du dann trotzdem zum Schluss noch ein bisschen durchmerkst. Aber, also ohne Scheiß. Ich würde sagen, vielleicht noch ein Tick Nelke vielleicht, noch so ein bisschen. Unter Umständen. Ich hatte, ganz ehrlich, ich hatte noch nie so eine Cola. Noch nie. Ich hatte schon sehr lange auf jeden Fall oder noch nie so allgemein so ein Getränk, wo du so verschiedene Nuancen rausschmecken kannst. Man kann davon rülpsen und es ist offensichtlich fair. Es hält, was es verspricht. Es ist faires Rülpsen. Weil für den Preis ist echt einiges drin in dieser, was ist das, 033? Ja, 033 Flasche. Wow. Jungs. Der Preis, der wir nicht kennen, der jetzt, der wieder unten im Video steht. Ach, da ist er. Ja, genau. Meine Fresse. Geiles Zeug. Das flasht richtig. Bitte weiter verbreiten das Zeug. Bitte den so globusweit am besten, dass überall, wo ich hinkomme, mir so eine Cola am Strand reinziehen kann. Das Zeug ist der Hammer. Alter. Also, ganz klare Aussage von uns beiden zusammenfassend. Geil, wenn ihr das irgendwo seht, kauft es euch. Kästenweise. Das Zeug ist der Hammer. Es ist vom Style her gut. Es ist geschmacklich gut. Es riecht angenehm. Es ist nicht zu süß. Es erfrischt. Nochmal zum Design. Es ist ein Haufen Geschmack drin. Da fängt es ja schon an. Das Design, du hast im Hintergrund, also es ist mattschwarz gehalten oder so leicht glänzig. Im Hintergrund hast du so einen stilisierten Gletscher. Dann hast du eben diese Schneeflocke da drauf oder Edelweiß oder was auch immer ihr das jetzt darstellen soll. Was sich dann auch nochmal in dem Cola widerspiegelt als Loch vom O. Das ganze Golden hervorgehoben ist auch nicht unbedingt normal. Und die Berge sind eher silbrig dahin im Hintergrund. Also wahrscheinlich angedeutet Alpen. Ja, schön. Und offensichtlich auch wieder Bio, Bio, Bio. Also hier ähnlich wie bei Nau. D, E, Öko, 03, EU und Nicht-EU, Landwirtschaft, Fair und Bio, was auch immer. Den Preis hat es jetzt nicht bekommen. In dem Bereich für Deutschland ist es hergestellt aus Ravensburg. Sehe ich jetzt hier gerade noch. Ja. Aus RAF. Ja. Doch, also interessant finde ich vor allem, dass auch der Prickel sehr gelblich aufschäumt. Du meinst, du meinst der Schaum jetzt? Ja, ja, nur der Schaum. Auch bei einem normalen Cola ist normalerweise der Schaum eher weißig. Und hier schäumt die, schäumt das extrem gelbbräunlich auf. Sieht ganz lustig aus. Fand mir ist mir gerade nur aufgefallen. So dummer Fakt am Rande. Ja. Also ganz ehrlich, das begeistert wirklich. Und das macht uns gerade echt sprachlos. Also das Zeug ist echt krass. Das flasht richtig. Wie gesagt, ganz klare Kaufempfehlung. Ja. Hammer. Wir können eigentlich schon ausschalten. Kommt nix. Wir finden es geil und werden daran weiter rumnuckeln und weiter Sprache. Losbleiben. Also ihr könnt uns noch ein bisschen abschweigend zusehen. Oder wir sagen einfach klassisch. Adios. Adios. Fair. 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 Das war's für heute.